Wir landen auf dem Mond. Alles klar. Bringt sie runter. Es geht los, Ben. Fertig? Klar doch. Darauf habe ich lange gewartet. Wunderschön, oder? Nur zwölf Typen kennen diesen Anblick. Tag 1. Einsatzreport. Das muss ich dokumentieren. Nate behauptet, er schnarcht nicht. Nun werde ich beweisen. Houston, wie sieht's mit dem Bewegungssensor aus? Ja? Ja. Wir haben es hier mit seltsamen Fehlfunktionen zu tun. Sieh dir das an. Die Flagge ist weg. Spuren? Aber keine von uns. Sie führen weg von unserem Landeplatz. Diese Mikros hier erfassen Interferenzen. So etwas habe ich noch nie gehört. Priorität hat die Wiederherstellung der Kommunikation. Ohne die geht's nicht nach Hause. Was zum Teufel ist das? Die Schutzisolierung scheint beschädigt zu sein. Da bewegt sich was. Da ist was in meinem Anzug. Nate! Nate! Was geht da draußen vor sich? Die Entzündung breitet sich aus. Stopp! Nate! Du bringst uns nach unten! Hier ist Apollo 18. Hört ihr mich? Der Sauerstoff wird knapp. Hört uns jemand, bitte! Da draußen ist noch etwas anderes! Öffne die Luke. Oh Gott! Nein, nein, nein!